Vorratsraubzug weiter, oder? Ja, genau. Oder wollt ihr überlebende machen ne Runde? Nein, ne Ahnung. N-n-n. Achso, der muss ja noch Geschenke geben, ey. Der ist auch, ey. Ich bin der Weihnachtsmann. Geil. Das würd ich nicht zu laut sagen. Wieso? Jetzt kommt gleich der Tipp und will den Sack füllen. Ah! Weißt du, was echt am leckersten schmeckt? Das Weiße vom Klappers. Boris, du bist schon ein Luder, Alter. Alter, Alter. Der schwarze ist auch nicht schlecht. Du bist sauer. Was der sich alles reinföhnt, Alter. Nüsse. Den muss ich. Naturale Schokonusscreme, ey. Hauptsache, keine Haare dran. Nee, Tim ist rasiert. Ich muss meine Extra Edition, Alter. Der vorwirkende, so ne Arbeiterin von Knoppers verliert so ein Haar. In der Nähe gibt es eine Firefly-Basis. Vorsichtig sein und zusammenbleiben. Da siehst du mal, wie naiv Boris eigentlich ist. Der denkt, wie redet immer noch was da ist. Okay, Mann, los geht's. Los geht's. Boris ist jetzt komplett ruhig. Um was geht's jetzt? Etwas gehört? I don't care. Hallo. Hallo. Einer ist nach oben gerannt. Einer ist noch hier unten. Da, hinter. Hinterm scheiß Schrank, versteckter sich. Eigentlich hab ich geantwortet. Man hat sich nicht gehört. Ja, weil mein Mikrofon langsam nur ein Geist aufgebt, weil es ein dummes Huso-Mikrofon ist. Scheiß auf Triton und so, Alter. Ohne Witz, Alter. Was denken die sich eigentlich? Nein, ich wollte Killsteal, ne? Erledigt. Los geht's. Hast du vielleicht sowas eben wie... Kacki, 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 kacki. Ey, boah, kommen sie gleich zu zweit, Alter. Der Kacki hat gerade was Wichtigeres zu tun. Ach, ihr seid auf der anderen Seite, Alter. Ich hab gedacht, du bist hinter mir, Alter. Ey, es sieht aus, als ob er mir einen Handjob verpasst. Wirklich, wie er da seine Hand so zack, zack, vor, zurück. Hey, du nicht von mir, der Tod. Da. Ich bin verletzt. Ey, geh weg, geh weg, die Schlampe. Die haben mich hier erwischt. Los, ich brauch Deckung. Fertig, los geht's. Oh yeah. Der Weihnachtsmann verteilt Geschenke. Geschenke. Der ist tot. Hallo, lass mich jetzt dieses Kacki einsetzen. Muss ich verbinden. Oh man, danke. Ich bin fertig, los geht's. Einer, dem ich die Sachen euch geschenkt hab, kann ich die eigentlich auch benutzen? Nein, nein. Moment. Wir können nicht. In der Geschenke. Nein, aber ich mein, ich muss ja Sachen, drei Sachen craften. Für ein Geschenk. Das sollst du selbst behaben. Achso, okay. Das ist dann deine. Da drüben. Da drüben. Oben, 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 oben. Huzo. Huzo, naut. Nicht, der ist unten. Boom. Der muss da hin. Der ist hinten am Fang. Oh nein, 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 nein. Ausräuchern. Schnell wegrennen. Schnell wegrennen. Alles ist cool. Wenn du dich verarztest, bekommst du auch Teile, Alter. Also hier Überlebende. Hallo. Du brauchst eine Trogel, Alter. Okay, Mann, los geht's. So gibt es eigentlich keinen Teilekill, ne? Was ein Glück, Alter. Ja, Alter, das ist ja doch viel lustiger. Wenn ich dir mal, wenn du mich irgendwie wieder beleidigst, oder dann für naiv hältst, dann gebe ich dir einfach mal einen mit. Da ist übrigens gerade ein Gegner hochgelaufen. Ja, ist auch so. Ich bin fertig, los geht's. Probiert doch mal Rauch auf. Oh, was ist das? Oh, die kommt wieder zu dir. Oh, du Raucher, Alter. Wie ein... Eindringling! Der schiebt auf mich. Was ist da los? Alter, ich hab gesagt hinter uns, du Trottel, Alter. Okay, Mann, los geht's. Molly! Danke. Wo ist das? Mad Cat. Hä, von der Seite! Uninformiert! Oh, wie geht das, Alter? Nein, kacki, da ist eine Achtung. Wie geht das, Alter? Hinter die Auge raus. Oh, toll, Alter. Der hat sich den Super-Sygeant-Farmiert. Da soll hochkommen, da liegt ne Bombe, Alter. Ich leg mich auch direkt daneben, Noah. Da fühlt sich der Kacki stark, Alter. Ja, Alter. Komm, Alter. Das ist so Ossi-Style. Ne Bombe, Alter. Weißt du, komm ruhig hoch. Ich brauche Hilfe! Ah, fuck über mir, so die Vorräte. Tja, und jetzt... Kleingeld. Kleingeld. Hehehehe. Der Weihnachts-Farm braucht kein Geist. Die Krabbel... Da, Leute, der kommt Ihnen entgegen. Hier krabbelt einer rum. Ne, 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 der geht da außen rum. Uninformiert war! So findet man eigentlich immer... ... immer diese kleinen Tütchen mit Weed. Weil Weed beliebt ist. Los geht's. Ja, Alter. Oh, ich hab... Ich hab mein viertes Paketchen verschenkt. Du Dealer, Alter. Alter, ich bin der Weihnachtsmann. Ich darf das. Hehehehe. Kann losgehen! Tag meinen Sack über den Schuhraum. Kannst du das? Ich denke, deiner ist nicht so groß. Ich glaub mir, meine Sack ist zu schlafen, Alter. Ich glaub mir, meine Sack ist zu schlafen, Alter. Ein eindringlichen Tod. Hehehehe. 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 Ey, was er frisst, Alter! Wer steht nicht mehr auf? Jetzt nicht mehr. Ich hab mal gefackelt, Alter. Du verlierst die Führung. Moment. Wer hat mir meine Führung geklaut? Hehehehe. Abmarsch! Und besonders, wieso war ich in Führung? Wir waren in Führung. Das Team, Alter, du Schrottel. Abmarsch! Wer ist hier gerade gestorben? Das find ich aber richtig greifend. Bleib mal stehen, Boris. Im Handshop. Hey, Alter, ich mach das jetzt selbst. Oh, geil. Kacki. Aber ich steh jetzt nur auf Anal, Alter. Was kann das? Ich kann das. Hehehehe. Hehehehe. Zitat Tim. Meine Lippen sind mir noch ein bisschen zu jung. Oh, ne Flachs, ey. Warum reden wir jetzt da rüber? Vorsicht. Der ist tot. Hallo. Headshot. Ich hab ihn, ich hab ihn. Er war schon tot. Ich hab kein gestorben. In your face. Was du denkst, Alter. Abmarsch. Fertig, los gehts. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ich bin fertig. Los gehts. Ich brauch Deco. Kann los gehen. ich habe mann danke immer wieder hier oben ist du verhältst ja nun nicht ich bin fertig los geht Hey, jeder will wissen, wo der Weihnachtsmann ist, Leute. Eine Sekunde. Abmarsch. Eine Sekunde. Ich hab nur Geschenke für mein Team. Scharfe Bombe. Achtung. Sehr fies hier. Oh no. Ich bin flehendig. Wir werden da nicht drauf kommen, Alter. Oh no. Oh no. Beleb mich wieder. Halte weiter. Lampe, helfe dir. Beleb den Weihnachtsmann wieder. Sag schon weiter. Nur wenn ich ein Geschenk kriege. Rauch. Nice. Lass mich rein. Lass mich rein ins gute Haus. Du kleine Maus. Informiert und erwischt. Ich finde es auch relativ dreist, dass die hier keine Schornsteine haben, ja? So, komm rein oder was? Oh, das belebt mich wieder. Der hat mich nicht mehr aus. Oh no. Uh. Headshot. Komm rein nach. Oh no. Oh no. Oh no. Komm in meine Haus. Oh. Oh, kleine Maus. Oh. Los gehts. Ich muss irgendwas craften. Ja Minecraft, Alter. Geh weg da! Geh weg da, du Schlampe! Komm nicht näher! Ich hab keine Geschenke! Wow, das sind ja mehrere! Einen hab ich da ungehoben, Alter. Das waren einfach zu viele. Dann haben sie voll zu viele. Dann wird sie dritt auf mich eingeballert, Alter. Erledigt, los geht! Ja, richtig Sch***, Alter. Los, ich brauch Deckung! Ich kann nichts craften. Oh, ich kann Messer craften. Stop, Dirty! Dirty! Der Weihnachtsmarktgeschenk! Wenn du mir jetzt ein Med-Kit gibst, tret' ich dir den Smart rein. Fünf von sechs Geschenken nach zwei Runden, Alter. Who's the Beast? Guck mal ins Leaderboard. Wie geht das? Ich setz mich da irgendwie immer nur hin. Ah, ich bin immerhin Platz 3. Lol. Oh, er hatte Modifizierten. Also genau genommen ist dieser Foss das Biest. Aber das zählt ja nicht. Weil da ist ein Hacker. Eine Sekunde. Kann losgehen! Geh weg sich, los geht's! Das sind die Gummibären. Da ist alle. Hier und da und überall. Achtung! Volle Deckung! Mal gucken, ob ich hier Cross & Map mit der Bombe entpeel mache. Achtung! Dirty, der alte Camper. Was machst du hier? Gewartet, Alter. Ein Ringlingshund! Du regst mich überwettet mit unserem Camper auf, ja? Aber dann hier einen auf Chiller machen. Alter, du sch*** hier, du lachst doch was, ey. Du bist hier nicht bei COD-Scheid. Muss ja auch nicht sein. Battlefield reicht ja. Die Schweine sind fast erledigt! Halt ihn! Der Keller ist los! Abfackelt! Autsch! Hinter mir! Hinter mir! Nein! Das geht grad wichtig aus natürlich, sorry. Du bist ne kleine Nutzer, Alter! Junge! BASASTAR sinus! Jetzt kriegst du hoffentlich auch noch'n's Maul voll! Ich hab' ihn exekutiert. Kleine Fotze, Alter! Hey. Heey, ich kann doch hier was Craften, oder?! Was? Nur noch ein paar Penner übrig. Wieso kann ich hier nichts craften? Keine... Ich hab den Medkit gegeben. Woche 3, Tag 4. Ich bin schon ein richtiges Biest, ne? Wie viel überleben das nur? 51 Gesunde. Oh. Weiß was ich jetzt machen werde? Mein drittes Knopf... Nein lieber nicht. Lass das Weiße weg. Das sagt...